Die Prinzipien kraftschonender Bewegungen noch einmal zusammengefasst. Das Drehen und Strecken bzw. das Drehen und Beugen des Kopfes ist der Taktgeber für eine fließende, kraftschonende Lageveränderung. Der übrige Körper folgt Schritt für Schritt ebenfalls drehend beugend oder drehend streckend in der Reihenfolge Kopf, Schulter, Arme, Brust, Becken, Beine. Bewegen Sie sich so langsam wie nötig, um den Positionswechsel möglichst sicher, schmerzfrei und selbstständig auszuführen. Nutzen Sie Unterstützungsflächen, um das Körpergewicht abzuleiten und zu verteilen. Jedes neue Bewegungsmuster braucht seine Zeit. Haben Sie Geduld mit sich. Die Erfahrung lehrt, dass Sie 15 bis 30 Mal eine neue Bewegung ausführen müssen, um den besten Weg für sich gefunden zu haben.